selbstverständlich ich habe zwei fast so viele stunden wie in lol in diablo 2 ich hab's echt früher glaub mir ich hab diablo 2 echt krank gespielt plus botten das gute alte botten was hat denn diablo 3 verkehrt gemacht so alles ja am anfang haben als es released wurde gab es viele sachen die nicht so geil waren um der ganze des echt geld auktionshaus nun mit echten gelten sachen verkaufen und kaufen konnte dann die die drop rates man hat dann halt so voll ekelhaft so so drop rates in richtung um die heißt so sechs im lotto mäßig so selten dann schwächkeitsgrad war ekelhaft war leichter oder wie nee war super schwer also so richtig ekelhaft schwer ja gott wir haben das komplette paket hier unten oh gott oh gott hau den jasso runter wenn es jetzt geht ich hab barrier oh gott hier leg ne wat rein wat ich hab keine hier ist ich hab hier schon ne wat hingelegt wir hatten ihn wie pass auf unten fehlt die kauf von hier da ist gerade jemand angelandet nicht spielstronen einfach nur hauen wenn weil wir nichts zu tun haben damit sie den vielleicht was ist denn jetzt die winten Sokaka Yes Zurak geht nach unten Hil mich, Katsuraka Fett Hil mich Hilfe, Hilfe Wieso bist du da langgegangen? Siehst du mich dahin gekickt? Achso Ich habe gleich immer auf meine Lanes Scheißschwache Ich habe auch keine Ultime mit, weil Der Morde, Katsur und Ping an der Pause Warte, Engel Heels a Batman, ich komme angeflogen Haltet durch, Fellas Der Morde Der Morde Der Morde Der Morde Hier, schnell Nicht vermöbeln sie Der Morde Der Morde Der Morde Der Morde Der Morde alles gut hinter uns alles gut ui 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 kommen die zu mir? ich hab die Platten geholt unten yes money 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 wow dieser Bastard man diese Wichser haben direkt unseren Turm ey ja die kam zurück ich hab doch gesagt du ich weiß gar nicht wieso du zurückgegangen bist weil du zurückgegangen bist und ich zurückgegangen wie zurückgegangen? als Dings gekommen ist du warst voll low aber du bist zurückgegangen ist ab dem losgegangen ich hatte halt Rangetrails ich wurde auch nicht erwischt danach dann halt weil sie uns gedivet haben zu viert naja wir hätten einfach vorher schön drauf haben können Jaxos auf damit tower tower Reno tower Reno ja mach mit ich mach was ich fälls drauf alter ok ich darf mal kurz alleine ich hab keine Mana mehr es gibt's doch nicht Bahn ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme nein 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 ich flieg ich flieg hehehe it's me Mario komm bisschen loslegen oh Gott ja also auf ja so auf mich aber ich hab's gesagt oh ey 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 die Sin kommt von der Seite ja was denn dann oh ich habe keine Ulti Oh mein Gott, war den? Yo, aber wenigstens nicht im Tower drin. Alter, krank! Alter ey, das war ja... Ey komm her, je mehr läutet auf desto schneller wird, aber egal. Was war denn das denn? Meinte 13? Ich glaube auch, ja, ja, ich glaube ja. Ja ist egal, wir haben schon ein Puder. Ja geil, wo ist mein Elder? Ihr schuldet mir ein Elder. Hey! Oh Gott! Ich will das kotzen, Mann. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Der Omi! Ja! Ja! Vergang nicht! Hochnehmen! Ah! Spotlanes! Wait! Ich mach auch ganz kurz Spotlanen! Tier C! Nee, Tier C ist da! Nee, der macht das! Bin gleich wieder oben! Oh, Alter! Oh, Alter! Irgendwann hat mich heftig runtergeburstet. Alter, unser Model! Und Schulan hat sich darüber lustig gemacht. Weil er irgendwas dich hat. Ja, weil ich den Model mit fake gemacht habe. Und das kann nicht mehr so einfach rausgekommen. Was ist das? Ja, hier! Ah, Pferde. Ich fight ihn, bin ich da. Aber ich hab Ult. Er ist bestimmt bei dem Jungle, 100% Digga. Bestimmt hier oben. 100% Digga. Mach die Krabber, wenn wir können eigentlich. Ja, hier am besten. Soll ich fighten? Soll ich da? Mord ist oben. Wo ist der denn? Ich seh ihn auch nicht. Wo ist der? Ah, da, 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 da. Entschuldigung. Halt die einfach fern hier. What? Ich glaub das reicht sogar schon. Mehr schaffen die gar nicht. Oh. Was war das denn, ey? Reicht schon, Miel? Geh weg. Mach was. Was sinnvolleres. Was denn? Was soll ich denn machen? Die kommen doch eh nicht mehr. Ja, ein Camp machen oder sowas. Das ist... Totale Zeitverschwendung da. Was haben wir? Was haben wir? Oceansoul. Ui. Aber wir haben eh schon gewonnen. Natur. Wissen wir nicht. Wenn das zu Sun, Death war, ist das immer eklig. Wir haben bisher alle Teamfights gewonnen. Aber das war auch wegen Morde. Wir haben Yasu Yone kommen, ne? Ja. Sheesh. Sheesh. Ja. 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 Geil. Oh shit. Hat mich einfach... Hahaha. Mein Gott. Herzlich. Hast du das gesehen? Was ist mir noch nie passiert? Der hat mich einfach gestorpt. Diesen ersten Charge da hat er gemacht. Wenn man ihn anhaut. Oh shit. Das ist mir noch nie passiert. Der hat mich einfach gestorpt. Diesen ersten Charge da hat er gemacht. Wenn man ihn anhaut. Das ist mir nochreck meet. Das war's. Itirad jetzt nicht. Wow! Han Spielst du nicht mit Dings, ähm, mit Elva Frost, Elva Frost auf Kassel? Mag ich nicht. Ihhh, extra CC Damage, bitch! Was magst du daran nicht? Ludens Damage mag ich. Ich bin ein großer Fan von Ludens, schon immer. Ja, was geht da? Er macht 1 gegen 3 und tötet einfach alle. Oh. Er hat fast 3 Leute getötet, 1 gegen 3. Oh, lol. Kass, Kass, Kass.